Frankreich konnte den Auftakt in die Weltmeisterschaft mit 4 zu 1 gegen Australien gewinnen, was sich jetzt vom Ergebnis her deutlich und auch überzeugend anhört und es auch von den Advanced-Statistiken ist. Also erwartete Tore zum Beispiel hat Frankreich 4,18, Australien nur 0,43. Dennoch war das für mich jetzt nicht so überzeugend, dass ich Frankreich direkt wieder als Titelwerter ansehe, damit sie den Titel verteidigen könnten. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz taktisch beleuchten. Die Frankreicher sind in einem 4-2-3-1 gestartet. Links hinten hat Lucas Hernandez begonnen und auch rechts hinten hatte man mit Pavard auch einen gelernten Innenverteidiger. Dementsprechend hatten die Außenverteidiger jetzt keinen so Offensivdrang. Was dann halt eben passiert ist, dass Australien in Führung geht. Lucas Hernandez verletzt sich und dementsprechend muss Deschamps reagieren. Die einzige wirkliche Option auf der Bank ist Theo Hernandez, der natürlich von Natur aus einen klaren Offensivdrang mitbringt. Viel offensiver spielt wie sein Bruder, der dann eben rausgeht. Und es hatte dann halt eben zwei Gründe, dass er wechseln musste. Zum einen die Verletzung, aber halt zum anderen auch den Spielstand, da man hinten lag. Dementsprechend hat ein offensiver Wechsel Sinn gemacht. Was dann halt eben im Ballbesitz von Frankreich passiert ist, Australien hat sich zurückgezogen in einem 4-5-1-System und dann konnte Frankreich halt das Spiel aufbauen. Giroud schiebt nach vorne, Griezmann geht hier rechts in den Halbraum, Mbappé schiebt auf, Dembélé geht ganz weit nach außen. Chouameni gibt den alleinigen Sechser, während Rabiot auch aufschiebt und neben Griezmann auch hier im Halbraum agiert, aber auf der anderen Seite. Die restlichen Spieler schieben natürlich auch auf. Pavard agiert hier mehr oder weniger als Absicherung, teilweise auch als dritter Innenverteidiger hier neben den anderen zwei. Und Theo Hernandez kann halt mit seinem natürlichen Offensivdrang weit nach vorne aufschieben, geht hier mit an die Grundlinie, auch nach ganz vorne, an die letzte Kette von Australien. Dementsprechend ermöglicht er es, Mbappé weiter nach innen zu ziehen und somit hatte Mbappé dann halt wirklich alle Freiheiten im Spiel, ist dann auch mal hier aufgetaucht, konnte die ein oder andere Flanke erhalten und verwerten. Und das hat das Spiel von Frankreich auf jeden Fall flexibler gemacht. Dann ist zum Beispiel auch mal Chouameni hier in den Halbraum abgekippt, um halt eben Hernandez abzusichern, falls die Australier hier kontern wollten. Und dann ist halt auch oft Griezmann weiter nach hinten, hat sich fallen lassen und da mehr oder weniger auch als Spielmacher agiert. Generell muss ich sagen, Griezmann, für mich der Spieler des Spiels, auch wenn er an keinem Tor direkt beteiligt war, hatte da einfach geniale Szenen dabei und ist auch aufs Sofa-Score mit einer 8,8 Bewertung Spieler des Spiels. Und das Ganze hat mich dann gar nicht mehr wirklich überrascht, als ich es nach dem Spiel gesehen habe. Also was ich hier mit zeigen will, ich finde es ganz gut, wie die Franzosen es dann gemacht haben. Man hat halt immer zwei Spieler, die die Breite halten, links dann eben den Linksverteidiger und rechts den rechten Flügel. Also da hat man so eine kleine Asymmetrie, die dann schon so ein bisschen eine kleine Flexibilität im Spiel aufzeigt. Dennoch fand ich es offensiv zwar gut und auch recht gut anzusehen, aber ich fand, man hat sich dennoch noch viel zu viel auf die eigene individuelle Qualität verlassen und es ist keine wirklich klare Spielidee von Trainer Deschamps zu erkennen. Zu Rabiot muss ich sagen, er hat zwar mit einem Tor und einer Vorlage rein statistisch ein gutes Spiel gemacht, aber abgesehen davon fand ich ihn echt nicht gut, einige schwache Pässe, weil ja, das Passspiel ist halt einfach nicht seine Stärke und generell ist er halt eher ein Spieler mit Offensivdrang und hat halt defensiv und im Passspiel schon so seine Mängel. Ja, auch wenn er jetzt in dem Spiel seine Scorer gemacht hat, derjenige, der am meisten heraussticht im Negativen in der Frankreicher Mannschaft, da er halt einfach nicht die Qualität hat, wie jetzt zum Beispiel ein Pogba, der auf der Position verletzt ist. Und jetzt zu dem wirklich Negativen, denn defensiv fand ich das echt keinen gelungenen Auftritt von Frankreich. Man hat zwar jetzt rein, was die Zahlen angeht, nicht viele Chancen zugelassen, aber das liegt halt größtenteils an der schwachen individuellen Qualität von den Australiern, die den Franzosen halt einfach, ja, von der Qualität deutlich unterlegen sind. Dennoch haben sie das ein oder andere zugelassen, was mich auf jeden Fall ziemlich negativ stimmt. Schauen wir erstmal das 1 zu 0 für Australien an, wo ich mich dann erstmal drüber gefreut habe, aber halt eben nicht lange, weil ich bin jetzt kein großer Fan der Franzosen. So, hier langer Ball von Australien, rechts raus auf Lecky, den wir ja auch aus der Bundesliga noch kennen. Der setzt sich gut durch gegen Hernandez, da ist es noch Lukas und bringt dann eben den Ball auf den anderen Flügel, auf der anderen Seite. Und wir sehen hier, Pavard ist klar an ihm dran, aber er geht einfach den Weg nicht mit. Wir gehen nämlich weiter, denn hier kommt der Ball und Pavard bleibt einfach stehen, lässt den Gegenspieler laufen, verstehe ich überhaupt nicht. Und so halt einfach unnötige Lücken in der Hindermannschaft. Zweite Szene, die ich dann ansprechen würde, ist diese hier. Irwin kriegt hier den Kopfball leider nur in den Außenpfosten. Und zwar sehen wir hier, drei Franzosen orientieren sich auf den Flankengeber, während im Rückraum Irwin komplett vergessen wird. Und im Vorhinein war es so, dass halt die Offensivspieler von Frankreich sich überhaupt nicht nach hinten orientiert haben, nicht mitgeholfen haben. Und das ist so ein bisschen ein Problem, das ich bei Frankreich auf jeden Fall auch noch sehe. Mbappé, Giroud, Dembélé, Griezmann hat es tatsächlich auch defensiv gut gemacht, aber die drei vorne haben jetzt gegen den Ball keine überzeugende Leistung gezeigt. Das ist also soweit meine Gedanken zu dem Spiel. Seht ihr es genauso oder seht ihr es anders, lasst es mich gerne wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.